Ich komme noch ein bisschen rein. Der ist pink und blau und der ist blau. Ja, das tut die Farbe schon so gut kennst. Ich bin jetzt schon da oben mit. Spürst du es? Ja. Ganz einfaches Mittagessen, das wir schnell gemacht haben. Diese Wehe. Ein bisschen Fleisch gegessen am Freitag. Ja. Und dann ist häufig am Freitag der Wehe da. Aha, normal. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Hallo, ich bin Ami. Heute ist mein Freund, die Fruits-Tart und Cheese-Tart. Das ist das Whe. Das ist das Whe. Das ist wirklich ein Pannchen. Es gibt auch immer einen Supermarkt. Es gibt auch immer einen Schaden. 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 Ähm, Aprikosen wehen. Ja. Weil die isst man ja eher kalt. Ja. Und Käse wehen isst man warm. Mhm. Dann machen wir zuerst Aprikosen. Das ist 실패. Das ist okay. Das ist okay. Das ist okay. Es ist okay. Das ist der Polkorn mit ein bisschen Brau und Schickel. Mit der Gabel einfach einstechen, damit es keine Blasen gibt. Und dann malen wir Haselnüsse oder Mandeln. Einfach den Boden entlang. Verteilen. Mandeln oder Haselnüsse? Das sind jetzt Haselnüsse. Die Fleissigkeit geht nach unten. Das hilft, oder? Wahrscheinlich. Genau. Gut, dann haben wir hier die gekauften Aprikosen. Normalerweise habe ich etwas aus dem Garten im Sommer vorher. Aber Aprikosen habe ich keine. Geht mit allen Früchten eigentlich, oder? Nicht wahrscheinlich Orangen oder so. Ja, Orangen würde ich nicht. Citrusfrüchte, ja. Aber sonst, ja. Zwetschgen, Öpfel. Ja. Oder auch Beeren, ja. Räuberchen, also Johannisbeeren. Mhm. Oder Himbeeren. Mhm. Brombeeren, alles eigentlich, ja. Mhm. 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 Man kann sie ganz frisch aus dem Tiefkühlen. Das macht nichts, wenn sie ganz gefroren sind. Ja. Aber man kann sie dann nicht so gut. Ja. Sie sind dann so alle an einem Loch. Und nehmen sie dann schon ein bisschen vorher raus. Ja. So gefrorene oder frisch kann man abgehauen. Ja. Im Sommer, im Sommer mit frischen. Und im Winter mit tiefkühlen. Ja. Ja. Ein bisschen rein. Ja. So. Mhm. Warte. Ja. Jetzt noch ein paar Töte. Ich werde mir ein bisschen das Gemüse lieber so noch brauchen. Ja. Stein, ja. Uh. Sie hat einen schönen石. Sie hat einen schönen石. Ja. Wir machen den Guss. 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 Jo. Ja, ma-de-mah-de-siru-ko. Willst du zuschauen? Mhm. Zwei Eier drin. Töte, wir müssen Töte? Ja, wir müssen Töte. Ja, wir müssen Töte. Töte, ja. Ja, wir müssen. Ja, wir müssen. Ja, zwei Lärme. Ja, zwei Lärme. So, und dann Quark, die Anstehung von Clark, Joghurt, ja total, wahrscheinlich gibt es nicht. Ja, irgendetwas, oder Crème fraîche, oder 20 cm, weniger. 25 cm? Ah, nicht so geniehend. Einfach ein bisschen. Wie Milch? Ja. Einfach ein bisschen, ja. Weil Quark ist ziemlich dick, oder? Ja, ja, stimmt. Und dann Zucker, kommt darauf an, wie süss das Früchte sind. Ja, stimmt. Soll ich jetzt mal zwei Löffel so mischen? Ah, und was auch immer ganz gut ist im Guss, ist ein bisschen Zimt. Ja, sicher. Natürlich. Jetzt werde ich doch hier anlassen. Vorhitzen? Ja. 80 Grad. 118? Ja. Schön, vorhitzen. Steht Mio in den Backkopf? Ja. Hat es Mio schon geflickt? Das ist gut. Gut, dann werde ich jetzt parat. Ja. Kommt sie. Und nachher eintun. Ich mache jetzt zuerst die und nachher tun wir, wenn ich... Die fertig ist, noch keines Weigen rein. Ja. Warum? Mirjürgen, dormir nochbleh? Mirj bitte komme. Varaozoo SaF butter. Wo ist sie noch, Emil? Platt geschliffen. Oh ja? Die sind wirklich sehr schön. Hast du noch einen? So, jetzt ist es fertig. Fertig. Gut. Jetzt tun wir noch mal etwa 5-5 Minuten. Die sind sehr schön. Auch wenn sie sich so weit verlassen. Ja, das ist schwer. Das ist so schwer, ja. Das wird auch schwer. So ist es auch schwer, ja. So ist es auch schwer, ja. Man muss mir etwas räumen. Mama, ich denke. Wir sind nicht. Der ist pink und blau und der auch blau. Ja, dass du die Farbe schon so gut kennst. Sie wollen mir auch. Sie wollen mir auch. Achtung, jetzt wird es laut. So praktisch. So klein. So klein gehackt. Muss man weniger, weniger brüllen. Ha ha ha. Es tut ihm auch weh. Es tut ihm auch weh, ja. Schmiede. Ja. Spürst du es? Ja. Gut, und dann tun wir so einen Sack Käse. Ja, ich spüre es auch. Ja, ich spüre es auch im Auge. Ha 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 ha. Käse. Käse. Wie viel Gramm ist das? Das ist 250 Gramm. Ja. Warte, warte, warte. Zwei Eier. Einmal. Warte. Zweimal. Das ist Mehl. Ein Esslöffel, ja. Das ist ein Gemüse. Ja. Der sauren Halbrauch. Ja, wahrscheinlich auch. Ja, genau. Franz. Siehst du den Franz? Halb. Lino. Lina. Ah, Pfeffer. Ja. Und was ganz richtig ist? Muskatnuss. Ah. Für den Aroma. Ja. So. Es ist wahrscheinlich noch zu wenig. Es sind noch etwas Milch, damit es noch etwas flüssiger wird. Ja. Konsistent sein ist es gut so. Ah, so dick. Ja. Und mit Zwiebeln ist besser. Wenn man Zwiebeln gerne hat, ja. Ja, oder? Dann ist es sehr fein, ja. Ganz wenig Milch. Ja. Da. Zwiebeln. Mino hat sohne. Seht ihr noch mal wieder. Sieht schon mal wieder. Sieht hier nicht jetzt aufgewacht. Sieht hier nicht aufgewacht. Hallo. Tada. Schau mal! Super, danke! Jetzt merkt ihr, dass es ohne Zwiebeln ist. Zwiebeln? Ja! Ein ganz einfaches Mittagessen und schnell gemachtes. Ja, lecker! Wenn ich nicht so viel Zeit hätte. Und diese ist eigentlich halb spiess, die salzig. Und die Fruchtweilen ist mehr so besser. Ja! Das ist schon immer so süß! Mediabohut Jetzt machen wir mal die Arke! Nun, wir schauen, dass wir die Belnut zu machen! Das ist ein bisschen kastend. Wer ist nütz? Wer ist nütz? Du bist sehr nett, extra für Mio, ein bisschen für ihn. Ja, das ist ja. So, wir haben das 4-mal. Und dann noch was wir? 5. 7. 7. 7. 9. 8. 8. 8. 9. 9. 10. 12. 14. 15. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Hallo, ich bin zufrieden. Papa ist auch gekommen. Hi. Hi. Dann muss Franz einen Messzug kontrollieren. Die ist einfach ausgerissen. Mh. Diese Wehe. Auf dem Auto. Auf dem Auto. Dann alle sitzen. Mh. Die machen wir zusammen. Die sind etwas gross. Hier. Die machen wir nicht. Die sind so gekauft. Siebeln. Du bist in der Zwischengrenze. Aber jetzt isst sie, oder? Ja, ja. Lina, Lina, wir machen das Salat dazu. Lina, wir wollen es essen. Lina, wir wollen es essen. Wir wollen es essen. Lepokoli. Lepokoli? Mh. Danke schön. Haben wir es essen lassen? Schon jetzt? Pfeffer? Das ist nicht einfach. Das ist gut. Danke. Danke fürs Kochen. Danke fürs Kochen. Danke fürs Kochen. So. Gute. 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 Hier hat man eigentlich Gräfnidl-Kantoschen oder Franker-Kantoschen, nur Fleisch gegessen am Freitag. Und dann ist häufig am Freitag welchen Tag. Ah, wow! Die werden gleich auch frisch gegessen. Die Arne welchen. Miros immer noch welchen Tag am Freitag, heute welchen Tag. Ja, ja. Jetzt hast du ja mit dem, du hast ein bisschen ausgedrückt. Ja, Brokkoli. 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 Ja, du musst da rausgekommen. Ja. Ja, komm, komm, komm. Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm. Er hat lange gewartet. Ja. 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 Die sind sehr elendisch. Na, komm einmal. Gute. 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 Si, te. Ja, ich komme und streie. 는 Vielen Dank. Mhm, merci非常. Mhm. 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 Mhm, so gut. Mhm. Mhm. Aprikosen, wer ist meine Lieblings? Manchmal bin ich ein bisschen zu und Sophia sieht ein bisschen ähnlicher aus. Ein bisschen ähnlicher, sieht die Augen her. Ich bin wieder. Ich bin wieder. Ich bin wieder. Das ist der Glut.